Hey ho Leute und willkommen zurück zu Megaman X3. Im letzten Part haben wir uns alles mögliche noch so eingesammelt, was wir denn haben und hätten und haben uns da den Armchip und so geholt. Ja, und den können wir nicht mehr zurückgeben, das heißt alles andere, was interessant wäre, ist jetzt für die Katz, also hier irgendwas mit, keine Ahnung, doppelt rutschen und sowas gab es noch, das wäre cool gewesen, aber naja, jetzt haben wir diesen dauerhaft geladenen Schuss, Schuss, den wir halt irgendwie aufladen können und ja und so weiter, ne. Also wir gucken jetzt einfach mal in die Doppler Stages rein und hauen diese Scheiße hier, ja, zu Ende. Passt mir gerade richtig gut hier auf den Putz hauen zu können, denn ja, ne, wir hauen einfach mal ein bisschen rum. Baa 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 baa, ach verdammt, kriegen wir direkt eins rein, egal, wir haben ja immerhin unseren Schutzschild, so. Aber da funktioniert's. Ist auch wieder mal eine angenehme Musik in den, ach, Doppler Stages hier, ach verdammt, geh weg, geh weg. Na Mist, der kriegt echt noch was raus. Oh, okay, okay, das wusste ich nicht. Na egal, was, das passt, ja. Solange das nicht bis ganz runterkommt. Hüssa. Wow, das ist das heftig. Das ist gemein. Hüa. Ähm, okay. Hüssa. Ach, das ist ja fies. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Ey, jetzt geht kaputt. Okay. Naja, das sind also kleine Dinge, die man vergisst. Sondern das heißt, klein, eigentlich waren das da minimal tödliche... Ah, 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 ah. Und jetzt? Oh, ähm. Ha, was hab ich jetzt getan? Hab ich das gerade ruiniert? Na, hoffentlich nicht, ne? Okay. Hüssa. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich raus da. Oh, scheiße. Hahaha. Hahaha. Das ging ja gehörig in die Hose. Okay. Na, dann machen wir das einfach mal nochmal, würde ich sagen. Ah, verdammt. Ich dachte, wir würden das viel schneller töten. Hüss. Warten wir, bis der sein... So viel zum Thema warten. Ah, das hat man eben auch eleganter gelöst. So, komm, jetzt weg hier. Wupp. Ah, man, die kriegen wir nicht schnell genug kaputt geschossen, wenn wir hier so... So cool rutschen. Ah. Jetzt ist gut. Geh kaputt. So, und hoch da. Hüss. Hüss. Ah, verdammt. So. Perfekto mundo. So, und diesmal machen wir das richtig, würde ich sagen. Hopp. Ja. Nein, nein, nein. Ah, das war schon... Was zur Hölle? Was zur... Alter, Schwede. Das hat schon mal scheiße funktioniert. Wir machen hier die Doppler-Stage aus Eiskalt fertig. So viel zum Thema. Ah, hab ich irgendeinen Rage-Schuss? Ah, weißt du was? Komm. Eis kalt hier. Bam, 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 bam. Ah, das hat ja jetzt nicht gut funktioniert. Ja, bleib erstmal eine halbe Stunde stehen. So, immerhin können wir den dann so wegballern. Viel hatten wir jetzt davon noch nicht, weil irgendwie... Ja, ja. Wow, bam. Ah, verdammt, ey. Schieß doch auch. Hallo. Dieser Schuss ist ja mal kacke. Komm jetzt, weg hier. Wow, es hat uns trotzdem getroffen. Das bringt es total gerade. Wow. Hardcore. Best Schuss ever. Äh, komm. Äh, jetzt. Ja, jetzt schießt der noch mit anderen. Ich spring ja gleich noch gegen die Stacheln. Schießt der noch mit anderen Schüssen um sich? Bäm. So muss es sein. Das war nicht gut. Das war okay. So, jetzt kommen wir mal hier hoch, würde ich sagen, ne? Dü, 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 dü. Springen! Mann! Nope, 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 nope. Fuck it, ey. Ah. Ah. Noch einmal und dann haben wir ein Game Over. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Jetzt geh mir aus dem Weg, ey. Komm, weg. Ugh. So, die Bällchen müssen wir abwarten. Sind wir da vielleicht... Oh mein Gott. Ich hab's Klettern heute aber auch drauf. Sind wir da vielleicht schneller, wenn wir es so machen? Ich weiß es nicht. Wir müssen echt mal testen. Eigentlich hat's ja schon fast gut gepasst, wenn ich da ordentlich hochgesprungen wäre und mich nicht so... nicht so handy-kindymäßig drangestellt hätte. Ja, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Oh, das wäre jetzt dumm gewesen. Ah. Mann. Ich hasse diese Viecher. So. Ah. Egal, dann machen wir mal wieder ein Game Over. Weil ich... Ah, Mann. Moment. So. Jetzt ab. Hopp. Das war nicht wirklich schnell gerade. Oh Mann. Nein, das war nicht gut. Das... Ach Mann, oh. Oh. Voll verkackt wieder. Hab ich so lange Pause gemacht oder was? Was? Wir haben Leben? Hab ich mich verzählt? Ich dachte, wir wären schon auf Null. Yay, dann haben wir jetzt nur Leben. Sau cool. Ich glaub, die Doppler-Stages dürfen... Müssen wir trotzdem ohne Game Over schaffen, oder? Ach, scheiß auf das Leben. Ich mein, wir müssen... Wir müssen sowieso erstmal da oben durchkommen, so. Ah, du Lutscher. Ey, stirb. Ja, komm, 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 komm. Ärgerlich. Diese Mistdinger. Ja, gib mir Heilung. Warum wackelt das Bild so behindert jetzt rum? Komm, geh da drauf. So. So. Huss. So, 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 so. Hä? So, weg mit dir. Sind wir vielleicht doch besser bedient, auch wenn ich das so mache? Na, im Leben nicht. Nein. Ich muss da nur mal anständig hoch, würde ich sagen. So. So sieht das doch ganz gut aus. Ja, Mann. Ja, geht doch, oder? Man muss sich nur mal wieder einspielen, so halbwegs. Und das mit dem letzten Leben, das finde ich immer ein bisschen uncool. Ja, ja. Schieß deine... Sterne doch. Ja, jetzt geht mir aus dem Leben, ey. Aus dem Leben. Geh mir aus dem Weg. Ich schieße dich aus dem Leben. So. Gerade das Vieh da oben geht mir übelst auf den Sack. Geh doch weg. Komm. Ja, jetzt. Hopp. Meins. Meins. Und zack, zack. Haben wir da oben noch was? Hm? Nein. Na dann. Oh nö, was kommt denn jetzt? Ich will's gar nicht wissen, ey. Okay, was zur... Ich darf noch nichts machen gerade. Was? Was? Ex. Ich komme, um dir zu helfen. Ich habe die kollapsenden Saison verhörten. Du zerstörst den Junk-Robot. Du hast immer noch grüne Nippel. Sie wurden von Dr. Doppler in Wormachinen gebrochen. Be careful. Okay, und wie hast du jetzt das Dach aufgehalten? Ich will meine Stab. Danke, Zero. Ich gehe um die Stab. Ich werde später aufhören. Okay. Wie hast du das Dach aufgehalten? Ach, Manuel, du Cheater. Du dreckiger alter Cheater, du. Das gibt's ja gar nicht, ne? So, äh, einen Moment. Ach, so. Jetzt sind wir wieder pink. Ups. Ach, so viel zum Thema. Pink sein? Ey, wenn da jetzt... Ach, gehst du weg? Ja, ist weggegangen. Oh, war ganz gut so. Sonst hätten wir hier... Was? Nein, nein, nein. Uah, ha, ha. Ich will sehen. Ah, Mann. Gemein. Oh, okay. Ah, da oben war auch was. Ja, da war was. Ja, klar. Wenn sie die Knubbel schießen, dann kann nichts passieren. Na, ich muss jetzt doch gucken, ob da oben was Besonderes ist. Hüah. Hüah. So. Haben wir irgendwas, womit wir weit fliegen können? Ich weiß es nicht. Hüah. 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 Ja, da war was. Ah. Drauf geschissen. Ich will da hoch. Oh. Haha. So, dann nehmen wir den K für Killer Roboter. Genau. Für den Mega, Mega Raketen Flugzeug Roboter hier. Das war der falsche. Ähm, ich würde gerne einen neuen wählen. Hopp. Ja, Mann. Äh, dann war es der H für den Helden Roboter. Genau. So, irgendwie habe ich das betitelt. Ja, Mann. The Rocket. Bam, 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 bam. So, ist richtig. Bam, 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 bam. Hüi. Aua. Ja, das geht direkt im Tank. Hüah. Was? Nein, rein da. Was ist das denn so? Hüi. 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 So muss das sein. Mit den Geräuschen, sonst funktioniert das nicht, Leute. Okay. Hüah. Nein, du Sack. Geh weg. Hier, mach. Kann ich da durchrutschen? Ach, ich bin doch im Riesenrohr. Ey. So. Geht ja gar nicht. Immerhin kann ich hier diese, diese Stachelbälle zerstören. Die Eisenkugeln mit Stacheln und so. Äh. Au. Mann. Du Mistvieh. Mein schöner Roboter. Guck dir den mal an. Der hat einen Kratzer abbekommen. Okay. Was haben wir denn da? Äh. Ey. Ich will da hoch. So. Komm, spring. Geht mein B-Knopf nicht mehr richtig oder was? Was soll denn das da? Nö, das sehe ich nicht ein. Nein, da ist bestimmt was. So. Schieß. Na los. Schießen. Machen. Macht kaputt. Na dann. Dann halt eben nicht. Ähm. Ja. Gut. Gucken wir mal, was wir hier finden. Oh, das ist sogar super. Mit unserem letzten Leben. Äh. Dann laden wir einen Schuss auf. Bitte nur bis zum Buster. Mehr will ich nämlich nie bei Bossen. Äh. So, was haben wir denn hier? Ach du Fuckkuck. Wir haben uns warten, Ex. Dr. Doppler hat uns verletzt, nach unserer ersten Kampf gegen dich. Take a look at these new upgrades. Ich will mit. Okay, ihr seid irgend so ein hässliches fettes Hundefieh-Dings geworden und so. Ja. Ja. Ah. Cheater. 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 Höh. Spring. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ja, nein. Ey, Cheater. Ich komm da nicht weg. Ja, hallo. Mann. Ja. Höh. Okay, okay. Noch kann man das ja umgehen. Das war nicht so gut. Ah, wenn er so hochschießt, komm ich da nicht weg. Oh mein Gott. Mann. Ah, lieber den Schaden kassieren. Und dafür die... Ah. Angriffsmomente nutzen. Halt. So. Wir machen das jetzt anders. Komm. Ey, was hätte er eigentlich schießen sollen jetzt? Wieso schießt er nicht? Er schießt nicht mehr. Oh, ich verstehe den Scheiß nicht. Muss ich da aufgeladen sein? Klasse. Jetzt habe ich so viel Schaden kassiert für nichts. Ich habe es doch abgewählt. Mann. Und da ist mir nochmal ein Treffer entgangen dadurch. Ärgerlich. Was macht er? Wieder die Hand. Fuck. Au. Hä? So, immerhin volle Möhrereien geballert. Uah. So. Schweinehund. Mistvieh. Wie im Hintergrund diese ganzen Roboter in den Zellen dort sind und an den Händen gefesselt sind, ne? Hat bestimmt gar nichts zu bedeuten, so. Ein Code. Ja, Code. Scheiße. So. Mit meinem letzten Leben. Ich könnte ja auch sammeln, ich Idiot. Ah. Wir hätten ja auch beim Bär, beim Dino, ich weiß nicht mehr, wo, hätten wir sammeln können. Hä? Ja, ich bin ja nur aus dem Menü raus. Scheiße, das war doof. Ich weiß nämlich nicht, ob man wieder alle Doppler Stages machen muss. Wieder so ein Moment, wo der geladene Schuss einfach für den Arsch ist. Oder ob man, ähm, ja, dann bei der zuletzt geschafften weitermachen. Ah, Mist, ich dachte, er schießt anders. Äh, das war zum Beispiel auch... Oh, Mann. Nicht gewollt. Ah, ja. Egal. Ah, verdammt, wir haben wieder ganz aufgeladen. Äh, äh, zu früh. Mist. Ah. Ah, egal. Gott, ich hasse diese Gegner. Das reicht, das reicht, das reicht. Ja, Mann. So. Und, äh, vorsichtig. Oh, ein Megaroboter-Plattform-Dingsy. Das hier schreit irgendwie nach aquatischem Zeug hier. Äh. Komm, nochmal. Ich sag, da kommt Wasser. Deswegen holen wir auch den Wassermann. So. Horrangers, äh, ich mein Megaman, transform. So, und da haben wir wieder den Aquabot. Bip, bip, bip. Sieht ja bis jetzt noch nicht so wässrig aus. Hui, hui. Und... Kein Wasser, okay. Nicht so gut. Ähm. Raus da, danke. Ja, jetzt hab ich auch noch Schaden bekommen. Ja. Was haben wir denn hier? Egal, ich hol den Flugroboter. So. Also unseren Mega, Mega, Mega-Roboter. Ja, schieß unseren Schuss hier jetzt endlich mal weg. Äh. Denn irgendwie, äh, war das nicht so wirklich wassermäßig. So, dann holen wir wieder den Helden-Robo. Ich weiß zwar nicht, äh, warum diese Plattform hier noch existiert. Ich mein, die hätten sie ja ruhig kaputt machen können. Vielleicht gehören die auch zu den Typis. Keine Ahnung. Piu, piu. Verdammt, stell dich hinter das Ding. Hui. Jip. Wow, das hat funktioniert. Ich hab keine Ahnung, ob da unten ein Game Over wartet. Also insofern... Insofern war das eine uncoole Idee. Ah, ich, ich kletter da jetzt hoch. So, egal, was da wartet. Okay. Ach, da geht's sogar weiter. Das war sogar ein Muss. Oh. Okay, aber kein... Oh, Mann. Zwischengegner. Mhm, mhm. Nein. Okay. Da kommt doch was. Ja. Hä? Hä? Irgendwie... Bin ich verwirrt. Da kommt grad nichts. Hä? Warum so ein riesiger geiler Raum und dann ist da gar nichts? Versteh... Aaaaaaah! Mann, scheißgeladene Kacke. Äh, irgendwie verstehe ich das grad nicht. So, so ist das zehnmal einfacher, wenn man mit dem kleinen Master-Schuss draufballern kann. Ja, komm. Machen kaputt jetzt. Tz-ts-ts-ts. Ja, so ist richtig. Oh, nein! Oh, Mann. Ja, komm, jetzt stirb. Ah. Mann, immer wieder dieser dreckige, geladene Schuss. Du sollst das Vieh töten. Das Vieh. Ja. So, und dann hoch, hoch, hoch. Gut. Passt. Boah, jetzt hab ich's wieder gespawnt. Ich schütt' gut. Au. Ach, Mann. So. Machen wir's halt eben so. Komm, 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 komm. Ja, so ist richtig. Ja, verdammt. Der wird, glaub ich... Äh. Mist. Auf uns schießen und ich hab's nicht mehr hinbekommen zu springen. Oh. Boah. Ja. Heute wieder die übelsten Skills. Wuhu. Ähm. Stacheln, okay. Ähm. Okay. 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 Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab keinerlei Erinnerung mehr an diesen Teil. Okay. Aha. Mhm. Ähm. Ja, ich bin relativ gespannt, äh, was hier noch so kommt, weil, joa. Ah, da kommt die nächste Plattform, da müssen wir da wahrscheinlich drauf. So. Weil da auf der anderen Seite... ...es nicht mehr aufwärts geht. Okay. Ah, du Sack. Wir hoffen auf uns zu schießen. Äh. Ja, es hat noch getroffen. Cool. Hui. Ah, da kommt schon die nächste. Oh, sehr cool. Hup. Mann, ich hasse Stacheln. Hab ich euch das schon mal erzählt? Ha, ha, ha. Na dann. Immer schön weiter aufwärts. Ey, das sah man nicht grad hoch. So ist gut. Ja, komm. Zeig ihm, wo es lang geht. Geh weg. Geh weg. Huu. Boah. Fängt das schon an hochzugehen. Frechheit. Ja, es stirbt. Ähm, was? Warte, was? Okay, das war eine Verarsche. Okay. Okay. Huu. So. Wir waren lange genug zusammen, meine lieben Plattformen. Wir gehen weiter. Shit. Shit, 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 shit. Shit, 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 shit. Da kommt ein Boss. Ähm, ein Tank haben wir noch. Kein Leben. Böp, 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 böp. Na dann. Hä? Ich blick nicht mehr durch. Nein, 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 nein. Musst du weit aufladen jetzt? Verdammt. Nein, nein, nein. Na, komm, lad. Whee. Verdammt. Was? Was schon? Was? Hä? Wäre das mit Bit und Byte irgendwas gewesen oder was? Oh, jetzt kommt was. Oh, nein. My waiting has finally come to an end. Prepare to die, Dark Souls, at the hands of the world's most advanced riding armor, the new Goliath. Feigling. 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 Höh, döh, höh, höh. Immer noch ein Feigling. Lass mich hoch, hoch, ja. Immer noch ein Feigling. Höh, 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 höh. Ja, wo bleibt er? Ja, ah. Das hat noch gepasst. Wir waren nicht zu früh gesprungen. Okay. Na, das war zu früh geschossen. Auch. Okay. So. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. So nicht. Höh. Okay, das da geht ja jetzt noch, also. Übelst fordernd ist das noch nicht. Verdammt. Aber ich wette ja, dass da noch was kommt. Höh. Verdammt. So. Und jetzt kommt Weil, nehme ich an. Ich hasse Weil. Hab ich? Weil hasse ich, ne? Höh. Feigling. Dreckiger kleiner Feigling. Okay, dann, dann. Höh. Was, was, was? Was? Ah. Okay, nicht viel Neues in dem Moment. Mann. Ja, das, das erkennen wir ja schon. Was ist da? Äh, Feuer, okay. Dann fliegt er jetzt hoch und kackt seine Dinger. Oh, oh. Neue Dinger. Verdammt. Ah, nein. Hättest du ruhig in die andere Richtung fliegen können? Okay, da kommen die, die kleinen Sternchen. Ach, du Sau. Komm schon, ey. Hör auf rum zu cheaten. Nein, nein, nein. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Höh. Lass mich weg da. Nein. Ah, du Gesicht. Ah, Mist. Na, was kommt? Okay, es waren nur die. Nein, lass mich ins Min... Boah. Ey, da wären wir jetzt draufgegangen. Oh, Mann. Ey, warum springt der nicht rechtzeitig? Okay, es waren nur die... Na, Mann. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, ich muss hier wegrollen. Rutsch doch mal. Uhuhu. Uhuhu. Okay, okay. Was kommt? Da kommt er jetzt? Ja, ja. Ah, ha. Wir sind nicht gerade gut gesprungen, aber... Es wird für ihn definitiv reichen. Komm schon. Ja? Sau Gesicht. Don't think that this is the end. Ex. I will haunt you to the day you die. Noch nie war eine Explosion befriedigender. Ja, Mann, er ist tot. Hoffentlich endgültig, keine Ahnung. Ich hoffe es mal. Ich habe ja die nächsten Teile nicht gespielt und ich glaube, in dem Teil taucht er nicht mehr auf. Ich weiß es, würde aber nicht drauf wetten. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Bis zum nächsten Mal.